Ich muss gleich weinen, ich muss gleich weinen, das war nur diese Finde. Das ist mir einfach zu heftig, ich bin sorgfältig, ich gehe das nicht erst mal aus. Wo ist der Ding jetzt? Wo? Wo? Wir kommen aus dem Boden, ja. Ok, da taucht aber wahrscheinlich wieder auf, wenn er da auftaucht, dann kann sie zurückgehen. Weil spätestens dann ist er glaube ich weg. Bitte. Wollte er offen lassen? Nein! Nein! Da steht er. Und knack. Oh! Wer hat die Tür aufgemacht? Welcher jetzt? Welcher jetzt? Der von vorne. Der da. Alter, wenn da jetzt noch einer ist, dann hast du zwei. Der macht die Tür auf. Ja, geh runter. Ich muss gleich weinen. Ich muss gleich weinen. Ich muss gleich weinen. Ich muss gleich weinen. Das war noch nie so schlimm. Ja, frag mal. Michi, wie es bei mir ging. Ging eh. Vom ersten Versuch. Das war noch nie so schlimm. Ja. Nochmal. Ja, nochmal. Schaut irgendwie freundlich aus. Weiß nicht. Gibt beim Hapsi My Little Pony ein. Vielleicht ist das dann schön. Hast du es jetzt mal angeschaut? Nee. Ich verstehe immer noch nicht, was das toll sein soll. Gelesen. Die Fans sehen da einen tieferen Sinn dahinter. Ja, hab ich auch. Das soll dir irgendwie an so die früheren Zeichentricks her erinnern. Die noch besser waren, als der Schlunz, der jetzt auf Kika und so kam. Na gut. Ja. Einfach durchrennen. Ich mag da nicht mehr länger nicht dran aufhalten. Wow. So, jetzt gehen wir zurück. Vielleicht ist er jetzt nicht mehr da. Nee, keinen Bock. Hast du dieses Atmen gehört? Ja. Ja. Bisschen, bisschen. So, auf dem SCP-106. Ich renne da jetzt immer durch. Ich hab keinen Bock. Gate B. Lass mal offen. Ja, ist egal. Da kann man dann ausweichen. Falls der Schwarze kommt. Sein dick gekocht. Jetzt können wir die Folge nicht mehr machen. Das ist mir egal. Bitte fragt unser Video nicht. Es gibt einen Shitstorm, gibt es? Ich brauche mal eine Karte. Ich hab Angst. Er ist offen. Was ist da? Ich verwirre das Notenblatt. Hast du gut gehört? Ich glaub so zwei schwere Schritte, ja. Ist doch wieder gleich, oder? Ja, diese Verzeugung, die verwirre mich im Fall. Da fielst du doch voll die Orientierung. Schaut mal heran, ob sie da was neu gemacht haben. Sicher. Das ist voll böse, meine Damen. Nein. Gut. Das ist voll laut da drüben, ey. Das war vorher nicht so laut. Das schabt direkt an der Wand, ey. Nein, das ist ausgebrochen. Viel Glück. Das ist offen. Dann komm ich her, ne. Geht allein. Oh, Mann. Ich mach mir mal. Dünsel. Ich bin Geldgeberser. Oh, die Songs sind nicht böse. Boah! Scheiße, Alter. Leute. Die Version ist der Hammer. Nichts für schwache Nerven. Boah. Ich bin traumatisiert gerade. Ja, das war's, ey. Boah. Genau. ynnś Olessel. Vielen Dank.